Ah, okay. Das ist ein Mauseloch. Das ist ein Mauseloch. Alles klar. Das ist ein Mauseloch. Einmal nochmal kurz mit der Kassette probieren, ob wir so das Mikro bekommen. Hallo? Mit der Kassette. Okay. Dann, äh, nein. Kriegt ihr das so hin oder müssen wir erst raus und wieder rein? Ich geh mal raus und wieder rein. Raus. Und wieder rein. Ja. Die Kassette hätte ich gern zurück. Und du bekommst das da. Hallo? Du bekommst das da? Hm, wie können wir denn das geben? Puh, wie gebe ich dir denn das? Blah, 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 blah. Du bekommst das da? Da. Dann, du ba, blah, blah, blah. Wieso? Jetzt hört sie wieder die Musik, die wir nicht hören, weil die Musik aus ist. Ich muss das hier einfach hinlegen. Hier geben. Was passiert jetzt? Ach. Okay. Ich hätte gerne das Mikrofon von dir. Das hätte ich gerne. Jetzt haben wir die alte Frau von draußen nach drinnen geholt. Aber, abgesehen davon, was haben wir jetzt erreicht? Was haben wir, warte. Nein, das kann nichts. Wie geht's denn jetzt weiter? Sie hat das Mikrofon trotzdem behalten. Sie hat das Mikrofon trotzdem. Das ist Mädchen. Der möchte ich immer noch diese scheiß Blume geben. Hier hast du eine neue Blume. Mädchen. Ach, liebe Blume. Verstehe ich nicht ganz. Liebe Blume, liebe... Sie lässt sich ja nicht... Sie lässt sich ja nicht umarmen. Nee. Macht die Maus irgendwas? Macht der Hund irgendwas? Ach, usted geht das. Wie geht's denn? Das ist mir. Ja. Sie lässt sich nicht umarmen. Sie lässt sich nicht wiederher. Und das ist mir lebt. Sie lässt sich ja nicht mehr. Was ist das? Ich darf dich nicht umarmen. Nein, meine Frau. Das ist mir lebt. Ich darf mich nicht umarmen. Ja, das ist mir lebt. Hallo Oh Okay Ah Dann nimmt der den direkt wieder ab. Nochmal zum Friedhof. Da hat halt der Hund gebuddelt, aber ansonsten ist das der Shop-Verkäufer. Das ist das der Shop-Verkäufer. Oh, alles klar, einfach mal abkoten. Oh, da kommen wir nicht dran. Ah. So. Da können gebuddelt werden. Ähm. Ach so. Jetzt haben wir ein Bett ausgebottelt. Bringt das was? Äh. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Hund. Schnüffel du mal. Hm. Gar nicht so einfach gerade. Gar nicht so einfach. Ah. Hm. 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 Oh, jetzt musste ich einmal gerade näßen. Puh. Ich mag keine Clowns. Ich mag keine Clowns. Wo geht's denn jetzt weiter? Puh. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Verdammt. Verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Point-and-click-Adventure. Man mag's. Man läuft zigmal hin und her. Oh, und hat keine Ahnung, was zu tun ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. gut Okay. Ich hab's. Ich mag alle Clowns. Ich bin kein Clown, ich bin ein Huhn. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Geht es hier noch weiter? Ist hier jetzt irgendwas Neues? Oh, meine Nase kribbelt gerade. Oh, verdammt. Oh. Ist das so langenehm? Ich hätte das, wenn die Nase so... Ach. 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 Oh, ich habe jetzt gerade auch irgendwie keine Idee mehr. Hier können wir nochmal rein, aber da ging es ja vorhin auch nicht irgendwie. Die mag ja auch keine Clowns. Überall sind hier Clowns... Unwillkommen. Ach ja, ich könnte dem... Ach. 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 Die hat wieder geschlossen. Ach. Ach. Der ist gerade am Friedhof. Ach. So. Ach. 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 Wer mag uns jetzt? Wer mag uns jetzt? Ach. Ach. Okay. Doch wieder ein Tritt vorwärts gekommen. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Ach. Okay, dann warte ich jetzt bis zum nächsten Tag, dass der Shop wieder öffnet.